Ich darf Sie dann bitten, Ihre Fotos zu machen. Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz von Annegret in der dritten Reihe. Sie hatten sich da gemeldet in dem Grund. Mit der Entscheidung der Parteivorsitzenden geht diese Ära eben auch zu Ende. Und eine solche Ära kann man nicht beliebig fortsetzen. Man kann sie im Übrigen auch nicht rückgängig machen. Zusammen mit meinen fast 18 Jahren Regierungserfahrung und zusammen mit meinen Erfahrungen in den Wahlkämpfen. Sowohl in der Frage, wie man mit einem Team aus der Opposition heraus in Regierungsverantwortung kommt, aber eben auch, wie man es immer und immer wieder schafft, in dieser Regierungsverantwortung zu bleiben und ein Land positiv zu prägen, dies alles bringe ich ein, um gemeinsam mit den Mitgliedern diese Ziele, die ich eben beschrieben habe, zu erreichen. Und das muss man ganz klar sagen, dass in den letzten Jahren insbesondere dieses Gefühl der Sicherheit geschwunden ist, dass das Vertrauen in einen starken Staat der Regeln setzt, der aber auch in der Lage ist und willens ist, diese Regeln umzusetzen, dass dieses Vertrauen geschwunden ist. Und deswegen ist aus meiner Sicht eine der ganz großen Fragen, die jetzt in den nächsten Monaten vor uns liegt, die Frage, wie gestalten wir Sicherheit, wie schaffen wir wieder Vertrauen in diesen Staat, in die Organe dieses Staates. Vielen Dank. Vielen Dank.